Berühmten Polyglotten. Kunst kennt keine Grenzen. Der talentierte Felix von Jaschaov ist ein deutscher Schauspieler, der drei Sprachen beherrscht, Deutsch, Englisch und Spanisch. Seine Fähigkeit, in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren, ermöglicht es ihm, seinen beruflichen Horizont zu erweitern und mit Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Das Erlernen neuer Sprachen ist ein großer Vorteil für jeden Profi, insbesondere für diejenigen, die in der Unterhaltungsindustrie arbeiten. Herzlichen Glückwunsch an Felix für sein Talent und sein Engagement für seine Kunst.